Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur siebten Einheit der Social Media Vorlesung in diesem Sommersemester. Heute unser Thema Personal Branding und Storytelling. Wir haben uns bisher im Verlauf der Vorlesung mit definitorischen, juristischen, im Blick auf Datenschutz und DSGVO und wenn Sie so wollen technologischen Grundlagen, Algorithmen und Advertising auf Social Media beschäftigt, das sind lauter Themen, die natürlich im Unternehmenskontext eine große Rolle spielen. Wenn Sie bereits jetzt oder später mal im Laufe Ihrer beruflichen Karriere mit dem Management von Social Media Kanälen von Unternehmen zu tun haben, dann werden Sie mit den meisten dieser Themen früher oder später in Berührung kommen. Selbst jedoch, wenn Sie nicht aktiv im Bereich Social Media tätig sind und Sie beruflich etwas anderes machen, betrifft Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Thema, das könnte man sagen, von Beginn des Internets und dann nochmal sehr stark befeuert, eben durch die Entstehung von Social Media Plattformen immer wichtiger geworden ist, nämlich die Online-Selbstdarstellung. Die Art und Weise, wie wir mittlerweile leben, sowohl im privaten, im Ausbildungs- aber natürlich auch im beruflichen Bereich haben wir einen umfangreichen, könnte man sagen, zumindest die meisten von uns einen umfangreichen digitalen Doppelgänger kreiert. Man könnte sagen, die Summe der Informationen, die man über Sie online findet. Und diese Informationen spielen in vielen Entscheidungen im Laufe Ihres beruflichen Lebens eine bedächtliche Rolle. Oder man könnte auch sagen, der Ersteindruck, und das hat jetzt prinzipiell mal gar nichts mit dem Internet zu tun, der Ersteindruck, dem messen wir sehr hohe Bedeutung zu. Das hat sehr hohe Wahrscheinlichkeit mit der evolutionären Entwicklung unseres Gehirns zu tun. Da gibt es in der modernen Neurophysiologie, Neuropsychologie sehr viele Anhaltspunkte. Ich habe vor kurzem ein Forschungspaper gelesen, anscheinend ist, man kann ja mittlerweile durch Computertomographie und andere Methoden sehr viel Gehirnaktivitäten visuell sichtbar machen. Und anscheinend ist es tatsächlich so, das wissen Sie aus dem Biologieunterricht, das Gehirn des Homo sapiens hat ein relativ sehr großes, wie der Name schon sagt, Großhirn, beziehungsweise diese Frontalhirnlappen. Dort spielt sich auch die visuelle Verarbeitung der Reize ab, die wir über unsere Sinnesorgane eben erhalten. Und anscheinend ist es so, dass tatsächlich ein beträchtlicher Teil der unter Anführungszeichen Rechenkapazität dieses visuellen Systems in unserem Gehirn daraufhin optimiert ist, Gesichter zu erkennen. Das ist, wenn Sie so wollen, der Gehirn physiologische Grund, warum Smileys so gut funktionieren, Punkt, Punkt und eine gebogene Linie und schon sehen wir ein Gesicht. Wir reflektieren sehr stark auf Gesichter und wir bilden uns, wenn wir Menschen das erste Mal sehen, auch sehr schnell eine Meinung über sie. Kann man, ich habe vor einigen Jahren eine Ausbildung als Profiler absolviert und man kann sich bis zu einem gewissen Grad der eigenen, ich sage mal, Biases oder Wahrnehmungsfehler bewusst werden. Aber wir können als Menschen, so wie wir eben denken, so wie wir uns Meinungen über andere bilden, diesen Ersteindruck nie ganz ausschalten. Das kennen Sie natürlich auch alle aus Ihrem persönlichen Leben. Jetzt im privaten Bereich mag das eher eine Rolle spielen, ob man jemanden als sympathisch oder weniger sympathisch empfindet. Da gibt es auch viele Faktoren, die eine Rolle spielen natürlich. Im beruflichen Bereich kommt dann noch ganz stark die Komponente dazu. Nehme ich jemanden als kompetent in seinem oder ihrem Bereich oder Feld wahr? Und wenn wir über Social Media im professionellen Bereich sprechen, dann ist natürlich gerade dieses Thema eine Querschnittsmaterie, sage ich mal, die in vielen Touchpoints oder Berührungspunkten im Verlauf ihrer weiteren Karriereplanung eine Rolle spielen wird. Das hört sich vielleicht ein wenig hochgestochen an. Man kann es auch pragmatischer sagen, gehen Sie davon aus, wenn Sie sich irgendwo bewerben, sei es als Mitarbeiterin, als Angestellter oder als freie Dienstnehmerin, die Personen, die die Entscheidung darüber treffen werden, ob man sie einstellt, ob man ihnen den Auftrag gibt, die werden sich über Sie informieren. Und da ist natürlich der naheliegende Weg, zuerst einmal zu suchen oder eine Suchmaschine zu verwenden, möglicherweise auch auf LinkedIn nachzusehen. Das geht ganz schnell und das zeigen auch die Statistiken, dass das in den letzten Jahren sehr, sehr stark angestiegen ist. Und wenn Sie zurückdenken an die zwei Corona Jahre mit den vielen Lockdowns und der erzwungenen Notwendigkeit online zu arbeiten, die hat das natürlich auch noch befeuert. Eine Statistik, die mir dazu im Kopf hängen geblieben ist, in den Benelux-Staaten, sehr generell, sehr digital, auch sehr Social-Media-affin, gab es kurz nach Corona eine große Umfrage unter Online-Vertrieblern und Marketern. Eine der Fragen lautet eben, schauen Sie sich oder informieren Sie sich vor einem Meeting über die Aktivitäten, über die Bio, je nachdem, was man empfindet, Ihres Meeting-Partners, Ihres Gegenübers. Und da sagen 97% ja. Also was ich Ihnen damit sagen will, Sie können davon ausgehen, zu dem Moment, wo Sie zu einem Bewerbungsgespräch gehen, hat die Person bereits sich ein Bild über Sie gebildet. Eine Möglichkeit ist natürlich, auch das ist eine Strategie, die man verfolgen kann, möglichst keinerlei Informationen über sich im Internet zu teilen, aber je nachdem, was Sie erreichen möchten, welche Ziele für Sie relevant sind, ist das im Normalfall nicht die optimale Strategie. Wenn wir das Ganze im Job-Kontext betrachten, dann möchten Sie natürlich den Eindruck erreichen, idealerweise, dass der, die Zuständigen, denen Sie beispielsweise ein Bewerbungsgespräch haben, bereits im Vorhinein einen Eindruck haben, unsere Kandidatin, unser Kandidat weiß, was er tut, hat vielleicht ein interessantes Portfolio. Und um diesen Eindruck zu kreieren, müssen Sie oder können Sie besser gesagt Social Media und Online-Kanäle nutzen. Das ist im Prinzip das Kernthema von Personal Branding. Die Darstellung, würde ich mal sagen, und Auffindbarmachung der eigenen Expertise und Kernkompetenz. Eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich gemeinsam viele Workshops mache, Marina Zajatz, hat im Springer Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Personal Branding, ist leicht zu finden. Wenn Sie sich da näher einlesen wollen, ich werde es Ihnen in Moodle dann auch verlinken, das kann ich Ihnen sehr, sehr empfehlen. Und einer der Grundsätze im Personal Branding, in dieser Sichtbarmachung der eigenen Expertise, der besteht darin, dass, auch wieder etwas weiter ausholen, dass wir sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext tendenziell lieber mit Expertinnen zusammenarbeiten als mit Generalistinnen. Das heißt, für Ihre Eigendarstellung, für Ihre Selbstdarstellung im Internet, ist es interessanter. Und wir werden Ihnen ein paar Beispiele aus meinem Bereich zeigen. Erstens, weil ich das jahrelang selber falsch gemacht habe und zweitens, weil ich klarerweise meine eigene Strategie am besten kenne. Ich bin seit 2002, das sind jetzt 22 Jahre, bin ich selbstständig und habe während des Studiums gelernt, Webseiten zu programmieren und habe mir dann auch relativ schnell eine Seite für mein eigenes Unternehmen gebaut. Und ich hatte da, das kennen Sie vielleicht auch von anderen Unternehmen, so eine Service-Seite mit einer Liste, das und das biete ich an. Ich programmiere Webseiten, mache Newsletter und so weiter. In der Hoffnung oder mit der Idee, da wird für potenzielle Kunden schon etwas Passendes dabei sein. Das lässt sich auf jeden Bereich übertragen. Sagen wir mal, Sie arbeiten als DJ und Sie haben meine Homepage und sagen, je nachdem, was der Booker möchte, spiele ich Schlager, Volksmusik, Techno, Rock, Goa, whatever. Wird einen etwas eigenartigen Eindruck machen, wenn Sie, war es ja lange selber in diesem Bereich auch nebenbei tätig, wenn Sie selber Partys veranstalten und Sie wollen eine Techno-Party veranstalten, dann werden Sie sich vermutlich einen DJ buchen, der auf diesem Bereich spezialisiert ist. Der hört vielleicht auch gerne andere Musik, aber wir neigen dazu zu glauben, dass Expertinnen, Spezialistinnen für uns die besseren Problemlöser sind. Das kann man genauso auf den medizinischen Bereich übertragen, wenn Sie ein spezifisches medizinisches Problem haben, können Sie in vielen Fällen zu Ihrem praktischen Arzt gehen oder je nachdem, wie wichtig Ihnen das ist, auch einen Spezialisten aufsuchen. Gehen davon aus, denken Sie an eine Ohrenentzündung, da wird im Normalfall der praktische Arzt das Gleiche tun, was der HNO-Arzt in dem Fall täte, nämlich Ihnen wahrscheinlich irgendwelche Tropfen oder wenn notwendig Antibiotika verschreiben. Wir haben aber im Normalfall, wenn wir den Spezialisten, die Expertin aufsuchen, ein besseres Gefühl, weil wir uns automatisch denken, der schaut den ganzen Tag in Ohren rein, der muss sich damit gut auskennen. Das ist ein Prinzip, das sich quer durch unsere Entscheidungsfindung durchzieht. Und das bedeutet, in erster Linie für Ihre Selbstdarstellung, für Ihre Karriereplanung online, und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Plattform, die erste Überlegung ist, was, was möchte ich erreichen? Das klingt jetzt nach einer trivialen Frage. Und die zweite Frage, die Sie beantworten müssen, im Endeffekt, bevor Sie überhaupt Ihre Profile gestalten oder Inhalte kreieren, was ist meine Kernkompetenz, was möchte ich darstellen? Kurz zur ersten Frage, was will ich erreichen? Klingt erstmal sehr trivial, aber stellen Sie sich vor, Sie beenden Ihr Studium. Ich nehme an, einige, viele von Ihnen sind nebenbei beruflich tätig, vielleicht einige auch Fulltime, von Ihnen weiß ich es, manche nicht. Aber sagen wir einmal hypothetisch, Sie studieren Vollzeit, sind dann mit Ihrem Studium fertig und beginnen, sich nach einem Job umzusehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe ein weites Interessensgebiet und grundsätzlich suche ich einen interessanten Job mit einem netten Team, entweder im Bereich Werbung, BR, Journalismus oder irgendwas mit Medien. Versus, wenn Sie einen sehr genauen Plan verfolgen und beispielsweise sagen, ich möchte unbedingt im Bereich Radiojournalismus arbeiten, dann wird sich diese Grundsatzentscheidung auf Ihre Selbstdarstellung auswirken, klarerweise. Wenn Ihr fixes Ziel darin besteht, Radiojournalistin zu werden, dann sind Sie gut darin beraten, wenn Sie Ihre Social Media Profile bzw. die Informationen, die über Sie öffentlich auffindbar sind, auf dieses Thema hin optimieren. Und das sind immer zwei Komponenten. Da gibt es sozusagen nicht nur das, was Sie erreichen möchten, sondern das, was für die Zielgruppe interessant ist. Und ich sage hier ganz bewusst Zielgruppe, auch wenn wir uns über eine Bewerbungssituation unterhalten. Warum? Wenn Sie einen Job bekommen möchten, dann ist Ihre Zielgruppe die Personen, die darüber entscheiden. Im Normalfall in Kombination aus HR-Abteilung und den jeweiligen Fachabteilungen. Und die zweite Überlegung ist dann, welche Informationen könnten für diese Personengruppen relevant sein bzw. die Entscheidung für mich begünstigen. In dem Fall beispielsweise Mitarbeit bei einem Online-Radio, einschlägige Erfahrungen im Audio-Bereich, Podcasts, oder Sie wissen schon thematische Nähe, wenn Sie in dem Bereich ein Portfolio haben, dann ist es eine hervorragende Idee, wie gesagt, in unserem hypothetischen Szenario, Sie möchten Radiojournalistin, Radiojournalist werden, diese Informationen über sich auch darzustellen. Wir neigen dazu und das ist tatsächlich eine ganz beträchtliche Frage, was möchte ich mit Social Media erreichen, wenn ich Meta, Instagram oder was auch immer nutze, um mich zu inspirieren und um mich vielleicht immer wieder mal mit meinem erweiterten Freundeskreis auszutauschen und da keine beruflichen Absichten im Vordergrund habe, dann wird dieses Zielgruppendenken auch nicht so unglaublich relevant sein. Wenn ich aber Social Media strategisch nutzen möchte, beispielsweise um meine Karriereplanung voranzutreiben, dann ist das eine absolute Grundüberlegung, wie gesagt, was möchte ich erreichen, wer ist meine Zielgruppe, die vorausgeht, bevor Sie sich überlegen, welche Informationen präsentiere ich denn hier über mich. Noch einmal, diese Grundsätze gelten vollkommen unabhängig von den einzelnen Plattformen. Natürlich ist es so, auch darüber haben wir im Verlauf dieses Semesters schon häufiger gesprochen, dass Personen unterschiedliche, wenn wir an die Big Seven denken, unterschiedliche Social Media Plattformen mit unterschiedlichen Intentionen nutzen. Facebook, Connections mit dem eigenen erweiterten digitalen Freundeskreis und auch analogen Instagram, Inspiration, LinkedIn, klarer beruflicher Background, bei YouTube ist es eine ziemliche Mischung und da ist es natürlich naheliegend, auch aufgrund der Art und Weise, dass LinkedIn Profile sehr, ich sage mal, sehr lebenslaufartig gestaltet sind, dass diese Plattform einer der zentralen Punkte ist und in der Praxis oder ganz pragmatisch, wenn jetzt beispielsweise ein Personalverantwortlicher sich über sie informiert, da eine beträchtliche Rolle spielt. Abgesehen davon, das habe ich auch bereits erwähnt, verwende ich zwar alle Social Media Plattformen auch mit dem gleichen Nick, Richie 3x3, auch übrigens ein Element, das ich Ihnen empfehlen würde für Ihre Personal Brand, wenn Sie unterschiedliche Social Medias nutzen und die zur Positionierung verwenden wollen, sorgen Sie dafür, dass Sie überall leicht auffindbar und wiedererkennbar sind. Wie gesagt, wenn möglich und frei ist, dasselbe Nickname, dasselbe Foto und so weiter, keine schlechte Idee. Aber wie Sie wissen, mein Hauptkanal und auch quasi in meiner Beratungstätigkeit der Bereich, für den mich meine Kundinnen bezahlen, ist LinkedIn. Und der Grund, warum ich das immer recht ausführlich in der Vorlesung mache, ist nicht nur, dass ich mich recht gut damit auskenne, sondern vor allem, und mich freut das sehr, dass ich, ich mache die Vorlesung jetzt schon einige Jahre, dass ich da von früheren Kolleginnen, Absolventinnen unseres Instituts schon sehr viele Rückmeldungen bekommen habe, dass das tatsächlich für Sie sehr hilfreich war, eben beispielsweise in Bewerbungssituationen. Sehen Sie diese Einheit als ein kostenloses Coaching. Mein Ziel ist es damit, wirklich nicht Ihnen irgendwelche Theorien über Storytelling oder Personal Branding beizubringen, sondern Ihnen ein paar praktisch anwendbare Grundsätze in die Hand zu geben. Wir kommen gleich zu den Details, vorab aber noch eine kleine organisatorische Ankündigung. Die erste Übungsarbeit haben ja einige von Ihnen bereits abgegeben. Ich werde im Laufe der Woche, also bis zur nächsten Einheit, nächste Woche, die zweite Übung online stellen im Moodle. Die wird vom Aufwand her ebenfalls überschaubar sein und vom Thema sehr, sehr ähnlich. Sie haben ja das letzte Mal recherchiert, beziehungsweise einen der Social Media Kanäle der Universität Wien ausgewertet und im zweiten Schritt, vielleicht haben sich das die einen oder anderen von Ihnen bereits gedacht, werden Sie sich überlegen, welche Themen dort noch gut reinpassen würden. Und wie gesagt, wir werden das auch wieder so machen, auf Wunsch werden Sie natürlich exkludiert, aber wenn Sie das möchten, werden wir Ihre Vorschläge anonymisiert oder auf Wunsch auch gerne mit Namen an den Communication Hub der Uni weitergeben. Ja, soviel zum organisatorischen Teil und damit zurück zum Thema Personal Branding. Es beginnt ja relativ pragmatisch. Wahrscheinlich haben sich die meisten von Ihnen auch schon mal aus Eigeninteresse gegoogelt. Was passiert da dabei? Das ist durchaus wert, sich das mal zu überlegen. Ich teile hier mal meinen Chrome Browser. Das ist die Google Startseite. Und wenn ich jetzt hier meinen eigenen Namen eingebe und auf Enter drücke, dann kommen da die Suchergebnisse. Ich habe diese Bettauernet Webseite, habe ich glaube ich seit 95 oder so. Google mag uralte Webseiten sehr gerne. Dann kommt hier mein LinkedIn-Profil. Das ist ein Blog, das ich früher mal betrieben habe und dann bekommen wir als Lektorinnen am Institut auch eine Uni-Seite. Die taucht hier auch sehr weit oben auf. Warum? Weil im Suchmaschinenbereich, in der Suchmaschinenoptimierung offizielle Universitätsdomains, die kann man nicht einfach so kaufen, die ACAD. Denen traut Google recht stark. Und dann kommt meine LinkedIn-Unternehmenseite, Instagram, nochmal mein Blog und Facebook und so weiter. Wenn Personen googeln, auch das ist ein Trend, der sich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr langfristig entwickelt hat. Das sorgt eigentlich immer wieder für Lacher, wenn ich Trainingsgruppen mit älteren Personen habe, weil die sich noch gut daran erinnern können. Für sie mag das ein wenig skurril klingen. Aber Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends, als die ersten World Wide Web Suchmaschinen aufkamen, hatten die noch eine Vaginierung. Die gab es bei Google auch noch eine ganze Weile. Also unten die Seitenzahlen. Google hat die irgendwann entfernt. Sie können da runterscrollen. Das ist einfach ein Endless Scroll. Also statt Seitenzahlen einzublenden, werden einfach einmal neue Ergebnisse eingeblendet. Aber be that as it may, der entscheidende Punkt ist, Suchmaschinen sind seit daher wesentlich besser geworden. In der Beginnzeit des Internet hatte sich, je nachdem wie spezifisch die Informationen waren, die sie suchen, suchten durchaus ausgezahlt auch mal auf Seite 2, 3 zu klicken und sich die Ergebnisse weiter hinten anzusehen. Das passiert mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Und wenn Sie hier auf meinem Bildschirm schauen, das ist so eine Standard 16 zu 9 Auflösung. Hängt natürlich vom Gerät ab, aber im Wesentlichen, dasselbe gilt für Smartphones, im Großen und Ganzen sehen Sie bei einer solchen Google-Ergebnisseite die ersten drei Resultate. Wenn Sie dann runterscrollen, kommen eben weitere. Tatsächlich ist es aktuell so, dass egal bei welcher Suchanfrage, ob das jetzt ein Name ist oder eine thematische Suche, ungefähr 95 bis je nach Thema 97 Prozent der Klicks auf die ersten drei Treffer einfallen. Das heißt, ein minimaler Prozentsatz scrollt er eher scrollt er weiter nach unten. Was machen die dann, wenn die bei den ersten drei Treffern nicht das finden, was sie gesucht haben? Vermutlich dasselbe, was Sie und ich auch tun. Wenn die Suche nicht spezifisch genug ist, dann beginnt man hier nicht in den weiteren Suchergebnissen zu suchen, sondern man ändert die Anfrage und gibt hier beispielsweise noch was dazu und dann kommt entsprechend eben das abgedehtete Ergebnis. Wenn Sie für sich die Frage beantworten möchten, was sehen denn eigentlich andere so über mich, wenn Sie mich googeln, wenn Sie meinen Namen googeln, dann müssen Sie nur folgendes bedenken. Das Browserfenster, das Sie hier sehen, ist mein normaler Chrome-Browser. Da bin ich natürlich in Google eingeloggt. Es ist auch etwas schwierig, mit Gmail und YouTube und so zu arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass diese Google-Suchergebnisse an meine persönlichen Präferenzen angepasst sind. Je nachdem, wie häufig man Seiten besucht, wirkt sich das auf die Reihenfolge aus. Das heißt nicht, dass jemand anderer das auch so sieht. Wenn Sie ein einigermaßen realistisches Bild davon bekommen möchten, was andere über Sie sehen, dann können Sie hergehen. Ich habe hier ein anonymes Browserfenster aufgemacht. Die Version gibt es in allen Browsern. Normalerweise im Hauptmenü anonymes Fenster öffnen oder so ähnlich heißt die. Das bedeutet, dass Sie in dem Fenster ausgelogt sind. Und wenn Sie da jetzt dieselbe Suche machen, das sind manchmal drastischere, manchmal weniger drastische Unterschiede, dann sehen Sie jetzt hier, das ist schon umgedreht, da steht bei mir Homepage, dann die Uni-Seite, wenig überraschend auf zweiter Stelle, mein Blog und dann kommt LinkedIn. Ein Grund, warum ich Ihnen das zeige, wenn Sie nicht seit mehreren Jahren eine regelmäßig aktualisierte Homepage betreiben, und wenn ich zufällig vor nicht allzu fernliegender Zeit ein sehr populäres Medium oder eine sehr populäre Webseite ein Interview mit Ihnen geführt habe, werden im Normalfall die ersten Ergebnisse, sofern Sie aktiv auf Social Media sind, Ihre Social Media Kanäle beinhalten. Wenn man jetzt meine eigenen Webseiten und die Uni weglässt, dann wäre LinkedIn auf Platz 1. Das ist auch ganz typisch, das ist tatsächlich bei den meisten Nutzerinnen so, die ein ausgefülltes LinkedIn-Profil und keine Homepage verwenden. Die anderen Social Media Kanäle, wenn die dann indexiert sind, Facebook kommt relativ weit unten, wie Sie sehen, ja, und der Rest dann eben irgendwann. Das hat auch damit zu tun, dass Google genauso wie bei den Universitätsdomains, in der, anders gesagt, Lassen Sie mich anders beginnen. Bei der Indexierung von Domains gibt es viele Faktoren, die für Google eine Rolle spielen. Ein wichtiger Faktor ist der sogenannte Domain Trust. Wie sehr vertraut unter Anführungszeichen der Google Ranking Algorithmus einer Domain insgesamt, auch das hat wieder mit vielen Faktoren zu tun. LinkedIn schneidet das ja gut ab, wie Sie sehen, und der Punkt ist, und das ist genau die Überschneidung beim Thema Personal Branding, wenn Sie sich selbst mit überschaubarem Aufwand und ohne eine Design- und Webagentur zu beauftragen, so positionieren möchten, in der Google-Suche, dass Personen, die für Sie relevant sind, die Informationen finden, die Sie Ihnen auch präsentieren wollen, dann ist ein öffentlich indexierbares LinkedIn-Profil der einfachste und schnellste Weg dazu. Wie gesagt, das hat auch damit zu tun, die Google-Suche indexiert natürlich auch schon lange Multimedia-Dateien, seien es jetzt Bilddateien oder Videos, aber die Hauptrolle für die Zuordnung von Suchergebnissen und Suchanfragen spielt natürlich Text. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in einen Instagram-Kanal denken oder auch an einen Twitter-Account, da ist sehr, sehr wenig Text, den Sie nutzen können, in den Beiträgen schon, aber jetzt nicht in der Gestaltung des Profils selber. Ich habe die Zeichenzahl nicht im Kopf, aber ich glaube, das sind bei Twitter und Instagram diese Description, sind jeweils so 160 Zeichen, also wirklich nicht gerade überbordend. Im Vergleich dazu können Sie auf LinkedIn-Profilen wesentlich mehr Textinformationen unterbringen, das ist einer der Gründe, warum die in Google beträchtlich besser indexiert sind. Das heißt, ich muss mir überlegen, was will ich erreichen und wie kann ich sozusagen das sinnvoll abbilden. Dazu eine kleine Ergänzung, wenn Sie sich erinnern an unsere DSGVO bzw. die Einheit über Datenschutz, da habe ich auch den DSA erwähnt. Aktuell schaut es bei LinkedIn so aus, dass es in etwa eine Milliarde Mitglieder gibt, Accounts besser gesagt. Ich sage deshalb in etwa, weil die Zahl ist von November 2023, da dürften auch schon wieder einige Millionen dazugekommen sein. Im Dachraum haben wir so um die 20 bis 22 Millionen Accounts, realistischerweise echte Accounts wahrscheinlich 20 Millionen, in Deutschland davon 18. Die Zahlen, die sich hier in Klammer sehen, das war der Stand Beginn 2019, Q1 2019. Das heißt, da gab es schon ein heftiges quantitatives Wachstum. Personen werden auch aktiver, teilen dort mehr Inhalte. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der monatlich postenden, monatlich aktiv publishenden Userinnen vergleichsweise gering. Das sorgt häufig für Erstaunen, weil die Wahrnehmung von LinkedIn ja doch mittlerweile ist, dass die Plattform sehr, sehr populär ist und von sehr vielen Nutzerinnen verwendet wird. Vor zwei Wochen hatte das Wirtschaftsmagazin Trend, LinkedIn am Cover. Tatsächlich posten monatlich unter vier Prozent. Quartalsweise, also mindestens vier Beiträge im Jahr oder ein Beitrag alle drei Monate sind knapp unter acht Prozent der Nutzerinnen und wöchentlich sind es deutlich unter ein Prozent. Das heißt, es gibt zwar diese rund eine Milliarde Personen, die dort ihren Lebenslauf angelegt haben, aus unterschiedlichen Motivationen. Jemand, der selbstständig ist, wird da vermutlich andere Informationen darauf unterbringen als eine Angestellte. Aber nur ein kleiner, wirklich ein vergleichsweise sehr kleiner Bruchteil dieser Personen verwendet die Plattform regelmäßig zur Veröffentlichung von Inhalten. Und Sie wissen ja, ein Faktor, wenn man an organischer Reichweite interessiert ist, ist natürlich immer, wie groß ist das Publikum, im Vergleich zu den Personen, die Inhalte produzieren. Ich sage mal so, wenn man das vergleicht mit Instagram oder anderen Social Media Plattformen, ist das Verhältnis bei LinkedIn vergleichsweise günstig. Die einzige Plattform mit einer noch geringeren Prozentzahl von wöchentlich beziehungsweise auch monatlich aktiven Nutzerinnen, das bedeutet Personen, aktiven Publishern, die im Fall von Tiktok, die eigene Videos hochladen, ist Tiktok. Da liegt die monatlich, also Personen, die mindestens einmal im Monat ein Tiktok Video veröffentlichen, es liegt auch weit unter zwei Prozent. Die haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil an eben, ja, passiv konsumierenden Nutzerinnen der App. Auch einer der Gründe, warum es, hängt natürlich auch vom Thema ab, aber warum es mit konstanten Publishern von Inhalten, auf Tiktok natürlich auch, wenn die entsprechenden Plattformen adäquat aufbereitet, sind durchaus leichter ist, aktuell Reichweite aufzubauen, als auf Instagram. Kann sich natürlich auch wieder ändern, Sie wissen ja, der amerikanische Kongress ist noch, habe ich auch letzte Woche erwähnt, mitten in dem Überlegungsprozess, ob Tiktok jetzt dann letztendlich doch in den USA verboten werden soll oder nicht, aber durch Einsprüche kann sich noch eine ganze Weile hinziehen. Täglich, viele Personen, die Instagram oder Twitter aktiv nutzen, sind dort täglich, auch als Publisher aktiv, auf LinkedIn ist das unter 0,2 Prozent, also ganz, ganz verschwindend gering. Diese Nutzerinnen teilen sich weltweit auf mit einem recht starken Schwerpunkt in den USA, ist auch wenig überraschend, dort kommt die Plattform ja her. Nichtsdestotrotz war der stärkste Wachstumsmarkt in den letzten vier Jahren war Indien, dort hat LinkedIn mittlerweile bereits 117 Millionen Mitglieder, drastisch mehr als etwa in Korea oder Japan. Natürlich ist Indien ein größeres Land, aber nicht um diesen Faktor größer. Auch in Südamerika sehr populär, eines der aktivsten Länder von der Person her, die Inhalte veröffentlichen, ist Brasilien, auch die mit 70 Millionen recht weit vorne. Dachraum, wie erwähnt, LinkedIn gibt da 22 Millionen an, ist natürlich immer eine Frage der Zählweise. Es gibt nicht so viele wie auf anderen Plattformen, aber es gibt natürlich auch hier Fake und Duplicate Accounts. Wenn man einen genaueren Blick auf die Zahlen wirft, das ist diese Tabelle aus dem Digital Services Act Transparency Report, den LinkedIn, weil es ja zu den großen Plattformen gehören und regelmäßig veröffentlichen muss, das ist die neueste Ausgabe. Da sehen Sie zwei Spalten, das ist hier etwas klein, deswegen habe ich sie einen da noch mal etwas größer rauskopiert. Die linke Spalte sind die Monthly Average Locked-In Active Users, oft abgekürzt als MAUs, also Personen, die sich mindestens einmal im Monat einloggen. Einfach nur einloggen, sei es um ihre Direktnachrichten zu checken oder sei es um einen Blick auf den Newsfeed zu werfen. Das bedeutet noch nicht, dass die irgendwas liken, geschweige denn selber irgendetwas posten. Das ist, wenn Sie so wollen, der kleinste Level der Aktivität. Und in Marketing-Terminologie, wenn Ihre Aufgabe jetzt darin besteht, eine Kampagne zu planen und eine bestimmte Zahl von Personen zu erreichen und sagen wir mal, diese Kampagne soll einen Monat lang laufen, dann werden Sie natürlich realistischerweise nur den Anteil aus den Gesamtaccounts erreichen können, die sich eben in dieser Zeit zumindest einmal einloggen. Und die Differenz ist wirklich erstaunlich. In Österreich haben wir, wie gesagt, knapp über 2 Millionen Accounts und nur 700.000 MAUs. Das ist ziemlich genau ein Drittel. In Deutschland ist das Verhältnis noch krasser. Deutschland hat ja etwas, ist ziemlich genau von der Einwohnerzahl her zehnmal so groß wie Österreich, hat auch passenderweise ziemlich genau zehnmal so viele Nutzerinnen, also etwas über 20 Millionen. Dort liegt der Anteil dieser MAUs bei 5,7. Etwas mehr als ein Viertel. Der Rest sind Personen und vielleicht sind da von Ihnen auch einige dabei. Das ist ein ganz klassisches Nutzungsverhalten auf LinkedIn. Man legt sich mal einen Lebenslauf an, der existiert, man ist damit auch auffindbar, aber lässt die Plattform ansonsten mehr oder weniger links liegen. Einer der großen Vorteile ist, dass im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen, die Personen, die LinkedIn intensiv nutzen, der Plattform eine relativ hohe Glaubwürdigkeit zubilligen. Und da muss man natürlich unterscheiden. Ich bin immer wieder überrascht, welche teilweise wirklich skurrilen Werbevideos auf Instagram versuchen, irgendwelche Online-Marketing-Kurse zu verkaufen. Ähnliches gibt es auf LinkedIn auch, aber es ist ein kleiner Teil. Die meisten Nutzerinnen der Plattform verwenden die ja mit einer, ich sage mal, beruflichen Absicht. Und das hat auch die Auswirkung, dass die Daten auf den meisten Lebensläufen korrekt sind. Und es macht relativ wenig Sinn, wenn Sie LinkedIn aktiv nutzen wollen, dort beispielsweise ein Konto unter einem falschen Namen anzulegen. Genauso ist es üblich, weil er sehr häufig bei der Bewerbung verwendet wird, da eben die echten Lebenslaufdaten anzugeben. Man könnte sagen, die Datenqualität, die Echtheit der Daten ist höher, die Kommunikation ist beruflich angesiedelt, Vertrauensvorschuss ist relativ groß. 87% aller Personen im Business-to-Business-Bereich verwenden mittlerweile LinkedIn aktiv, um nach relevanten Informationen zu Services und Produkten zu suchen. Was bedeutet das? Ein Unternehmen möchte die Website relaunchen, vielleicht die Texte überarbeiten, braucht dazu einen professionellen Copywriter oder Texterin. Da gibt es mehrere Wege, wie man zu so jemandem kommen kann, über Empfehlung, über Google-Suche, aber mittlerweile hat sich ein großer Teil dieser Suchen auf LinkedIn verlagert. Und da sind wir dann genau wieder bei diesem Punkt, was ich versucht habe, Ihnen einleitend zu beschreiben. Wenn jemand jetzt beginnt zu suchen und Ihr Profil enthält zum Beispiel das Keyword Copywriterin, Sie tauchen da auf in der Suche, dann werden die Informationen, die diese Person auf Ihrem Profil sieht, entscheiden, was in weiterer Folge passiert. Kontaktiert die lieber jemand anderen oder wird die bei Ihnen nachfragen? Also sehr, sehr wichtiger Touchpoint, der auch wirklich viel verwendet wird. Ein Spezifikum der Art und Weise, wie sich digitale Kommunikation entwickelt hat, nicht unbedingt ein Spezifikum der Plattform LinkedIn, besteht darin, dass sich unser Interesse von Brands oder Marken immer mehr hin zu Personen verlagert. Wenn Sie an die großen, relativ neuen Marken, so der letzten 20, 25 Jahre denken, sei es jetzt Apple, Google oder Tesla, die sind so gut wie immer sehr stark mit ihren Gründungspersönlichkeiten verknüpft. Und mittlerweile ist, sagen wir mal so, spiegelt sich dieses stärkere Interesse an Personen auch sehr, sehr stark auf LinkedIn wieder. Die wenigsten Nutzer wollen dort hauptsächlich Informationen von Unternehmen beziehen, sondern die sind tatsächlich an den Personen interessiert. Aktuell, wir schauen uns das immer wieder an, weil es sehr spannend ist, sowohl aus praktischer Hinsicht, aber auch natürlich aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. So, ich gehe hier nochmal auf den Chrome wieder zurück. Man kann da ja abzählen, wenn man so den Newsfeed aufruft von LinkedIn. Ich lade den mal neu. Und dann kann man hier so runterscrollen und Sie wissen ja, wie auf allen Social Media Plattformen taucht halt ein Update nach dem nächsten auf. Und es gibt da drei Arten von Inhalten. Das eine sind Inhalte von Personen, von Kontakten. Das andere sind Werbeanzeigen, hier eben gekennzeichnet durch diese, ich weiß nicht, ob sie erkennen. Achso, vielleicht sollte ich es nennen. Verzeihung, das war das falsche Fenster. Hier sind wir im LinkedIn Newsfeed. Also Werbung hier gekennzeichnet durch Promoted, Beiträge von Personen und Beiträge von Unternehmen. Organisch ausgespielte Beiträge von Unternehmen, nicht Werbeanzeigen. Das hier ist auch Werbung. Ich scroll jetzt gar nicht so weit runter. Aktuell ist es so, wenn Sie sich im Durchschnitt 100 Beiträge ansehen, dann stammen davon nur zwei bis drei von Unternehmen. Die restlichen 97 bis 98 sind entweder Werbung oder Beiträge von Personen. Und Sie wissen ja, das geht Ihnen vermutlich selber in der Nutzung von Social Media auch so. Wir sind ganz gut im Ausblenden von Werbung. Da scrollt man schnell mal drüber. Damit bleiben die Personeninhalte übrig. Und eigentlich nur sehr, sehr wenig, was man hier von Unternehmen klassischerweise sieht. Und das ist keine bewusste Entscheidung von LinkedIn, dass dort irgendjemand gesagt hat, wir nehmen jetzt quasi Unternehmensbotschaften aus dem Feed mehr oder weniger raus, die sollen dafür zahlen. Das liegt tatsächlich an uns. Social Media Plattformen funktionieren ja nicht primär als One-Way-Informationskanäle, sondern, wenn Sie an die Einheit über den Algorithmus denken, die Relevanzbewertung von Informationen beruht zu einem sehr, sehr hohen Grad auf den sogenannten Social Signals. Likes, aber ganz besonders Kommentare, digitale Diskussionen spielen da eine große Rolle. Und überlegen Sie mal, es geht dem meisten so, es fühlt sich doch einigermaßen seltsam an, mit einer Marke zu kommunizieren. Wenn ich irgendetwas wissen möchte, dann frage ich persönlich lieber, keine Ahnung, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von Coca-Cola als die Marke Coca-Cola. Das mag im B2C, im Consumer-Bereich anders sein, wenn es um reines Kundenservice geht, wenn es um Geschäftsbeziehungen geht, dann liegt unser Fokus eben ganz, ganz klar auf den Personen. In der Hinsicht ist sozusagen LinkedIn die Plattform, wo es relativ einfach ist, mit dem richtigen strategischen Ansatz, sich für die passenden Personen sichtbar zu machen und eben auch den richtigen Ersteindruck zu erwecken. Da gibt es noch ein kleines Detail, das ich Ihnen gerne zeigen möchte, was Sie hier auf dieser Grafik sehen. Ist ein typisches Nutzerverhalten, wenn Personen auf eine Unternehmensseite gehen. Ich nehme mal die Universität Wien als Beispiel. Und dann auf den Bugs, 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 so, da sind wir richtig. Und dann auf die Unternehmensseite gehen. Dann sieht man halt mal diese Startseite mit den aktuellen Inhalten und so weiter. Da gibt es da oben ein paar Menüpunkte. Und einer der Menüpunkte ist Jobs. Also das sind die Unternehmen, die Jobs, die ein Unternehmen oder eine Organisation aktuell ausgeschrieben hat, sofern die auf LinkedIn eingetragen sind. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen Sie, die Universität Wien sucht gerade 28 Personen. Kann man sich jetzt so durch die Liste durchklicken oder man sucht da. Und ich sage mal so, Leute, die hier auf eine solche Unternehmensseite gehen, im Anschluss auf die Jobs klicken, die sind, ich glaube, diese Hypothese ist leicht einsichtig, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit interessiert an diesem Unternehmen als potenziellen Arbeitgeber. Das heißt, die schauen sich diese Jobs an und können natürlich mehrere Dinge passieren. Vielleicht findet man nichts Passendes oder man findet einen passenden Job und kann nicht auf das Inserat draufklicken, findet hier noch genauere Informationen und kann das dann entweder sozusagen zur späteren Verwendung abspeichern oder mich hier direkt bewerben. Ein Prozentsatz, BesucherInnen macht folgendes, die klicken, nachdem sie sich die Jobs angesehen haben, hier auf dieses entweder Connections Work hier oder auf die MitarbeiterInnen Liste und schauen, wen kenne ich bereits, der hier bei der Universität Wien beschäftigt ist. Und bevor man sich irgendwo bewirkt, das ist auch ein Verhalten, das wir prozentuell immer stärker gesehen haben, frage ich mal nach, wie ist es denn tatsächlich da bei euch zu arbeiten? Und das ist genau das, was Sie hier auf dieser Grafik dargestellt sehen. Das sind die Prozentsätze von Jobsuchenden, die das machen. In Deutschland, Österreich ist da nicht extra ausgewiesen, ist das ein gutes Drittel. In Indien und Brasilien über 80%. Auch das, glaube ich, ein sehr deutlicher Hinweis, wie wichtig die Kommunikation durch Personen ist. Außerdem leben wir natürlich derzeit in sehr, sehr interessanten und auch eher ungewöhnlichen Jobmarktzeiten. Es ist für die meisten Unternehmen tatsächlich quer durch sehr viele Branchen sehr, sehr schwierig, passende MitarbeiterInnen zu finden. Und die müssen sich, sage ich mal, deutlich mehr bemühen, um überhaupt Bewerbungen zu bekommen, als noch vor einigen Jahren. Also kurz gesagt, das grundsätzliche Vertrauen der aktiven NutzerInnen in LinkedIn ist relativ hoch. Die Datenqualität passt ganz gut. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich mich selber so dort darstellen, dass ich eben erstens gefunden werde und zweitens den passenden ersten Eindruck erwecke. Und die Statistiken habe ich Ihnen schon gesagt. Ich werde die dann auch ins Moodle raufladen. Bevor ich Ihnen ein paar Tipps zu den Inhalten gebe, schauen wir uns mal an, was so ein LinkedIn-Profil eigentlich ausmacht. Sie wissen ja, es ist sehr lebenslaufartig gestaltet. Der erste Teil ist hier dieser Header. Da haben Sie im Wesentlichen zwei Elemente, auf denen Sie Informationen unterbringen können. Das ist zum einen das Head-Up-Bild und zum anderen hier dieser Profil-Slogan. Eine ganz interessante Statistik dazu. Im Durchschnitt 30% der BesucherInnen Ihres Profils, die da herkommen, sei es über eine Google-Suche, sei es, weil Sie auf LinkedIn nach Ihnen gesucht haben, sei es, weil Sie irgendwo einen Kommentar geschrieben haben, der dann auf Ihren Namen klickt, 30% scrollen nicht nach unten. Und ich streame jetzt hier gerade am Desktop, aber wenn Sie die LinkedIn-Applikation nutzen, was inzwischen auch im Dachraum über 65% der NutzerInnen machen, sehen Sie im Wesentlichen dasselbe, natürlich im Hochformat, aber da ist auch nur dieser Head-Up-Bereich sichtbar. Eine wichtige Überlegung oder ein sehr sinnvoller Grundsatz ist, wenn Sie sich fragen, wie kann ich das, was ich kommunizieren möchte, und da bin ich eben wieder bei diesem einleitend dargestellten Thema, was ist meine Kernexpertise, wer ist meine Zielgruppe, wie kann ich die in diesen Elementen möglichst gut sichtbar machen. Head-Up-Bild ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Geschmacksfrage, aber perfekte Version ist meiner Meinung nach etwas, das Ihre Tätigkeit visualisiert und auch einen gut lesbaren Slogan enthält. Mit gut lesbar meine ich auch eben gut lesbar am wesentlich kleineren Smartphone-Display. Der wichtigste Bereich ist allerdings tatsächlich dieser Slogan hier, von der Länge her durchaus vergleichbar mit der Instagram- oder Twitter-Profile-Description, gedacht ist der als eine Beschreibung Ihrer Tätigkeit. Er erfüllt sozusagen zwei Aufgaben, zum einen, wie gesagt, viele überfliegen nur Ihr Head-Up-Bild und lesen dann das schnell durch, und zum Zweiten wird auf LinkedIn auch sehr viel gesucht. Und um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, nehmen wir mal an, wir suchen einen Copywriter, ich werfe hier einfach nur die Berufsbezeichnung in das Suchfeld und klicke anschließend auf Personen, dann kommt hier eine Liste von Personen und alle Leute, die hier auftauchen, haben unser Keyword, nämlich in dem Fall Copywriter, entweder in diesem Slogan stehen, das ist auch dieser Satz, den Sie hier direkt in den Suchergebnissen sehen, oder als Jobtitel. Die zwei Bereiche Ihres LinkedIn-Profils, die für die Suche relevant sind, sind dieser Slogan, der entspricht Ihnen etwas oder Überschrift Ihres Profils, könnte man sagen, und, wenn Sie Ihren Lebenslauf eingetragen haben, der Experience, der aktuelle, sowie alle früheren Jobtitel. Das heißt, was sollten Sie hier reinschreiben? Studentin der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, wenn Sie Vollzeitstudentin wären, beschreibt zwar, was Sie tun, das ist zweifellos besser als nichts, aber es ist keine sehr gute Variante dafür da. Warum? Weil es relativ generisch ist, da sind wir wieder beim Thema Spezialisierung und Expertise, und weil es hunderte, wenn nicht tausende Kolleginnen von Ihnen gibt, und die auch Studentin der Publizistik sind. Aber Sie alle haben unterschiedliche Interessen, Schwerpunkte und eben auch Kenntnisse. Das heißt, eine Kombination aus dem, was Sie spezifisch machen, bleiben wir bei unserem vorigen hypothetischen Beispiel, mit der Radiojournalistin. Wenn das Ihre Passion ist, das ist in dem Fall wirklich ein ganz gutes, zutreffendes Wort, dann sollte sich das auch in Ihrem Slogan widerspiegeln. Keine Ahnung, Publizistik-Studentin, Podcast-Nerd, Radiojournalistin. Sie sehen auch hier bei mir im Profil, da ist relativ viel Platz. Das heißt, da geht sich weit mehr aus, als ein Jobtitel. Was Sie hier reinschreiben, wird in vielen Fällen einerseits diktieren, wer Ihr Profil überhaupt findet, und bei den Jobtiteln ist normalerweise die Variationsmöglichkeit etwas geringer, und zum Zweiten auch bestimmen, was in weiterer Folge passiert, ob das interessant genug klingt, dass Leute zum Beispiel weiter nach unten scrollen bei Ihnen. Wenn Sie ein LinkedIn-Profil nutzen, beziehungsweise, wenn Sie sich dazu entschließen, das zu tun, einer der Gründe, warum ich das auch an der Stelle sehr passend finde, ich habe in den letzten Jahren immer wieder von vielen Ihrer Kolleginnen gehört, ja, mir ist schon klar, dass das relevant ist für die Karriereplanung, für Beruf und so weiter, ich registriere mich dann oder ich kümmere mich dann um LinkedIn, wenn ich mit dem Studium fertig bin und eben konkret auf Vollzeit-Shop-Suche. Very bad idea. Sie wissen ja mittlerweile, wie Social Media funktioniert, Sie haben Ihr Profil, Sie haben Ihre Inhalte und ein Netzwerk, es heißt je nach Plattform anders, Follower oder Connections oder Freunde, je nachdem, und Ihr Netzwerk definiert über die Social Signals oder über andere Signale sehr, sehr stark, wer Sie oder wer Ihre Inhalte zu sehen bekommt. und auch dafür brauchen Sie wieder eine möglichst genaue Idee von dem, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie wissen, dass Sie im Radiobereich arbeiten wollen, das ist ein hypothetisches Beispiel, ich bleibe einfach dabei, weil Sie es an einem Beispiel besser erklären lässt, dann sollten Sie auch Ihr Netzwerk entsprechend aufbauen, sich mit Leuten vernetzen, die bereits idealerweise vielleicht im Radiobereich tätig sind, die sich für Podcasts interessieren, die generell interessante Dinge posten zu diesen Themen. wenn Sie dann später mal konkret auf Jobsuche sind, wird dieses Netzwerk überhaupt erst dafür sorgen, dass Ihre Entscheider Sie zu Gesicht bekommen. Deswegen sage ich immer, wenn Sie LinkedIn nutzen wollen, um einen Job oder einen interessanteren Job nach dem Studium zu finden, dann müssen Sie früher beginnen, ansonsten werden Sie erstmal eine Weile brauchen, um überhaupt Ihr Netzwerk aufzubauen. Contact Info wird oft übersehen, achten Sie darauf, dass die Informationen, die Sie hier zur Verfügung stellen, aktuell und richtig sind. Da vergisst man oft mal, steht oft eine alte E-Mail-Adresse drin. Die persönlichen Kontaktdaten, also die Telefonnummer, Adresse und die E-Mail sind nur für Connections, also für Personen, mit denen Sie sich vernetzt haben, sichtbar. In der Hinsicht funktioniert LinkedIn genauso wie Facebook. Das heißt, wenn Sie sich mit jemandem vernetzen, müssen Sie dieser Person eine Vernetzungs- oder Connection-Anfrage schicken. Die taucht dann hier in diesem Network-Dub auf und es sieht so aus und Sie entscheiden dann, ob Sie diese Person ignorieren oder annehmen und ab dann ist man sozusagen LinkedIn befreundet und hat auch Zugang zu den vollständigen Kontaktdaten. Und genau dieses Netzwerk definiert eben Ihre Sichtbarkeit. Ich kann in der Vorlesungszeit normalerweise, wenn ich so Profil-Optimierungs- Workshops mache, dauern die einige Stunden und wir schauen uns die Profile auch sehr in Detail an. Ich kann Ihnen nicht alle kleinen Bells und Whistles erklären, aber die wichtigsten Bereiche beziehungsweise das, was für die Auffindbarkeit eine große Rolle spielt, ist zum einen, wie gesagt, dieser Header. Dann, wenn wir hier weiter nach unten scrollen, gibt es diesen About-Text auf Deutsch, Info-Text. Sie wissen ja häufig, wenn man sich irgendwo bewirbt und einen Lebenslauf abgeben soll, dann ist auch ein Motivationsschreiben gefordert, also so ein kleiner Text, wo man sich selber beschreibt beziehungsweise die eigenen Stärken, Qualifikationen und so weiter. Sieht ziemlich so aus auf LinkedIn. Für viele von uns, um nicht zu sagen, für die meisten, ist es relativ unangenehm, einen Text über sich selber zu schreiben. Oft weiß man da gar nicht genau, was man reinschreiben soll. Solche Motivationsschreiben werden sogar immer wieder mal in der dritten Person verfasst. Sie ist eine leistungsorientierte Studierende, die bereits viele Praktika absolviert hat. Das klingt natürlich sehr, sehr distanziert. Damit LinkedIn ihr Profil als vollständig wertet, müssen sie hier einen Text einfügen. Da wird so dargestellt, dass, wie Sie hier bei mir sehen, der erste Absatz sofort sichtbar ist und dann nach dem Klick auf See More oder Weiterlesen klappt der Rest aus. Was kann man hier reinschreiben? Dazu, und das gilt nicht nur für diesen Infotext, sondern für letztendlich alle Informationen, die Sie auf Ihrem Profil zur Verfügung stellen, wenn Sie Social Media strategisch nutzen möchten. Was Sie hier reinschreiben können, hängt weit weniger von Ihnen ab und weit mehr von der Zielgruppe. Seth Godin, einer meiner Lieblings Online-Vordenker, der hat das mal sehr pointiert in einem Zitat zusammengefasst. E-Mail sollte eigentlich M-E-Mail heißen, weil die Leute am liebsten über sich selber lesen. Oder anders gesagt, die Personen, die Ihr LinkedIn-Profil besuchen, zum Beispiel ein Personalchef, die sind, brutale Wahrheit, gar nicht an Ihnen interessiert, sondern die interessiert vielmehr Ihre Expertise beziehungsweise wenn es konkret hier um einen Job geht, wie gut Sie dieses Job-Profil erfüllen. Man kann hier alles Mögliche reinschreiben, aber die richtigen, relevanten, sinnvollen Informationen werden Sie nur identifizieren können, wenn Sie wissen, mit wem Sie kommunizieren. Ich bin ja selbstständig, meine Zielgruppe auf LinkedIn und auch sonst überall sind primär Marketing und Sales-Verantwortliche von größeren Unternehmen. Mein Text richtet sich ausschließlich an die Informationen drin, die hoffentlich für diese Zielgruppe interessant sind und sie motivieren, mich zu kontaktieren. Wenn ich im Radiobereich arbeiten möchte, dann werde ich darauf achten, in diesem Text meine Erfahrungen darzustellen, mein Interesse und vielleicht auch über so etwas wie Visionen für zukünftige Entwicklungen von digitalen Radioformaten zu beschreiben. Also sprich, dieses Element zu nutzen, um den Leuten, die ich erreichen möchte, zu zeigen, das ist wirklich der Bereich, wo ich mich gut auskenne, statt eines langweiligen Motivationsschreibens. Diese Featuredbox, Sie haben ja auf LinkedIn-Profilen, wenn Sie es jetzt vergleichen mit Insta oder anderen Plattformen, sehr wenig Multimedia. Diese Featuredbox ist so etwas wie ein zusätzliches Schaufenster, können Sie entweder früher veröffentlichte Beiträge highlighten, ähnlich wie das Anbinden von Reels am Instagram-Profil. Sie können aber auch, wenn Sie Webseiten oder sonstige Web-Properties betreiben, dort Links einfügen oder Medien direkt hochladen. Was macht das Sinn? Wiederum komplett abhängig von Ihrer Tätigkeit. Wenn Sie Grafikerin sind und ein schönes Portfolio an Logos oder so haben, kann man das natürlich gut herzeigen. Immer komplett abhängig von der Zielgruppe. Diese Aktivitätenbox hier, das ist nichts weiter als eine chronologische Auflistung der bisher veröffentlichten Beiträge. Die taucht ab dem Moment auf Ihrem Profil auf, wo Sie beginnen, Beiträge zu posten eben. Und dann folgt der recht klassische tabellarische Lebenslauf. Mit dem haben die meisten LinkedIn-Nutzerinnen vergleichsweise wenig Schwierigkeiten. Das ist ziemlich offensichtlich, wie da gedacht ist. Eine chronologische Auflistung der Jobs. Ist es notwendig oder erforderlich, hier alle Jobs einzutragen? Nein, natürlich nicht. Im Idealfall erzeugt Ihr LinkedIn-Profil ein konsistentes Bild. Um bei unserem Radiobeispiel weiterzubleiben, wenn Sie mal ein Praktikum bei FM4 oder gemacht haben oder wie gesagt an einem Podcast mitgearbeitet haben, sind natürlich Jobs, die sich da sehr gut geeignet haben. Sehr, sehr gut eignen. Wenn Sie, das habe ich häufig gemacht, in den Ferien gekellnert haben oder so, dann macht das wahrscheinlich auf Ihrem LinkedIn-Profil relativ wenig Sinn, außer Sie sind auf der Suche nach einem Job in der Gastro, beispielsweise Gastro-Marketing. Dann sind diese praktischen Erfahrungen auch wertvoll. Die Frage, welche Informationen inkludiere ich hier, welche inkludiere ich nicht, hängt auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole wie eine hängengebliebene Schallplatte, wirklich immer zu 100% von Ihren Zielen und Ihrer Zielgruppe ab. Darunter, genau gleich strukturiert, kommt der Bereich Education oder Ausbildung. Wenn Sie sich auf LinkedIn registrieren, ist es so, Sie müssen bei der Registrierung vergleichsweise wenig Daten eingeben, Name, E-Mail-Adresse und ein Passwort, klarerweise. Und LinkedIn geht davon aus, dass jeder die Plattform nutzt, das aus beruflichem Interesse tut. Das heißt, Sie müssen sozusagen entweder Ihren aktuellen Arbeitgeber oder Ihre aktuelle Ausbildung eintragen. Sie können sich als Studierende, als Studierender aussuchen, ob Sie beide Bereiche verwenden, wenn Sie beispielsweise nebenbei arbeiten oder ob Sie nur die Education eintragen. Sie sehen eh, abgeschlossene Ausbildungen, so, ein Klick, ich wollte gar nicht auf die Uni-Seite, haben da eine Von-Bis-Zeit, so, etwas größer, 95 bis 2000, wenn Sie hier nur eine Beginnzeit eintragen, sehen, hier haben Sie das Enddate oder auch das Expected Enddate, dann kann man sozusagen auch nur direkt die Universität eintragen, ohne einen Job zu wählen, ersatzweise, wenn Sie das so darstellen wollen beziehungsweise, wenn Sie auch nicht arbeiten derzeit. Ansonsten, auch hier so, mehr oder weniger Geschmacksfrage, welche Ausbildungen Sie eintragen, üblich ist es auf LinkedIn, zumindest die höchste abgeschlossene Ausbildung einzutragen. Ansonsten, gegebenenfalls, wiederum alles, was zu dem Bild, das Sie von sich erzeugen möchten, beiträgt. Dann gibt es einige freiwillige Felder, Lizenzen und Zertifikate, hängt immer davon ab, wenn das in Ihrem Job eine Rolle spielt, beispielsweise im Qualitätsmanagement, können ISO-Zertifikate relevant sein, Projekte, ist mehr oder weniger ein Freifeld, wo man alles eintragen kann, was sonst nirgendwo reinpasst. Ich habe da zu Demo-Zwecken als Projekt unsere Vorlesung eingetragen, wie Sie sehen. Freiwilligen Tätigkeiten, im anglamekanischen Bereich ist das tatsächlich so, bei öffentlichen Jobs ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass, aber auch bei vielen, bei vielen privaten Firmen ist es ein kompetitiver Vorteil bei der Bewerbung, wenn Sie bei freiwilligen Organisationen sind, sei es jetzt Rettungsorganisationen, was auch immer. Auch das kann man darstellen, natürlich auch die Mitgliedschaft in Studenten, Branchenverbänden und so weiter. Dann kommt hier der Bereich Skills oder Fähigkeiten. Wir können Sie bis zu insgesamt 100 Skills aus einer vorgegebenen Liste eintragen, Sie hier auf das Plus klicken und zu tippen beginnen. Ich habe meinen Link, den hier auf Englisch eingestellt, deswegen muss ich englischen Wörter nehmen und ich kippe hier zum Beispiel mal Communication, dann sehen Sie durch die Autocompletion, welche Skills es gibt. Da wählen Sie dann eben die passenden aus. Diese Skills Section ist besonders relevant, wenn Sie sich aktiv für Jobs bewerben. Wenn Unternehmen Jobs ausschreiben, dann können die gewünschte Skills angeben. Ein Radiosender kann zum Beispiel einen Redakteur suchen und sagen, ich möchte, dass der oder die sich mit Adobe Tools auskennt. Und wenn Sie dann diese selben Skill oder wenn die Überschneidung der Skills auf Ihrem Profil und in der Anzeige hoch ist oder je höher die ist, als desto geeigneter Kandidat werden Sie angezeigt. Sie brauchen damit Link, den Ihr Profil als vollständig ansieht, mindestens 25 Skills, wie gesagt, maximal 100 können Sie eintragen. Denken Sie auch hier wieder dran und Sie merken schon, das funktioniert eben immer nur, wenn ich einigermaßen weiß, wo ich hin möchte, welche Skills könnten für Unternehmen relevant sind in den Art oder in den Arten von Jobs, die mich interessieren. Dann gibt es schließlich hier noch einen Bereich Recommendations, der ist das Pendant zu klassischen Business-Empfehlungen schreiben, da können Sie Ihre Kontakte, Kunden, wenn auch immer darum bitten, Ihnen eine Empfehlung zu schreiben und darunter gibt es dann noch ein paar, ich nenne es immer Kraut und Rüben oder Freitextfelder für Publikationen, Auszeichnungen, Testergebnisse, können Sie sich sparen, die habe ich mehr oder weniger als LinkedIn-Trainer zu Demo-Zwecken eingetragen. Wichtig, wenn Sie diese Plattform nutzen wollen, ist ein guter Slogan, der klar kommuniziert, was Sie tun, ein ansprechender Infotext, eventuell, wenn Sie vielleicht Inhalte schon veröffentlicht haben oder andere Links herzeigen möchten, diese Feature-Box, im Lebenslauf entweder ein Job, eine Ausbildung oder eben als Studierender nur die Ausbildung und da waren wir es hier, 25 Skills. Wenn Sie alle diese Informationen eintragen beziehungsweise eingetragen haben, dann wertet LinkedIn Ihr Profil als vollständig, was Ihnen beträchtlich bessere Sichtbarkeit und auch mehr Reichweite bringt, wenn Sie eigene Inhalte veröffentlichen. Und das ist, wie schon eingangs erwähnt, etwas, das nur eine oder ein sehr kleiner Prozentsatz aller LinkedIn-Nutzerinnen tut. Ein gut gestaltetes Profil, das Ihre Expertise klar kommuniziert und die richtigen Keywords enthält, hilft Ihnen in zwei Bereichen. Zum einen werden Sie damit besser auffindbar und zum anderen können Sie Ihnen Einstellungen aussuchen, standardmäßig indexiert Google Ihr LinkedIn-Profil, das sollten Sie auch so belassen. Damit können Sie auch relativ leicht sicherstellen, dass wenn jemand Sie googelt, wie gesagt, der oder die Ihren professionellen Lebenslauf findet. Muss man dann auch noch Inhalte veröffentlichen oder reicht es ein gut gestaltetes Profil zu haben? Auch da wiederum die Antwort, die Sie heute schon öfter von mir gehört haben, das hängt davon ab, was Sie erreichen möchten. Für mich beispielsweise als Selbstständiger ist es tatsächlich und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in einer Zeit der stark anwachsenden Informationsmengen, Hashtag Informationsflut leben, meine Zielgruppe, meine potenziellen Kundinnen immer wieder daran zu erinnern, was ich mache und dass ich gut drin bin. Klingt jetzt relativ trivial, aber Leute sind vergesslich und wenn Sie sich bei Ihrer Zielgruppe wirklich als Expertin, als Experte für ein Thema verankern wollen, dann müssen Sie immer wieder laufend unter Beweis stellen, dass Sie sich mit diesem Thema eben gut auskennen. Ein Prinzip, das ja auf anderen Social Media Plattformen genauso präsent ist, der Unterschied ist halt, ich würde mal sagen, auf YouTube, Instagram, Twitter nützt Ihnen ein eingerichtetes Profil ohne Inhalte so gut wie gar nichts und Flinktin ist mit einem soliden Profil schon mal viel gewonnen. Inhalte sind da eher die Kür und das hängt natürlich wiederum davon ab, wenn Sie Ihr Netzwerk überlegt aufgebaut haben, wenn Sie lauter radioaffine Menschen, vielleicht auch viele Personen, die im Bereich Radio arbeiten in Ihrem Netzwerk haben und Sie beginnen jetzt Inhalte zu veröffentlichen, spannende Fachbeiträge, persönliche Meinungen zu relevanten Radio Themen und die Leute bekommen das immer wieder mit, dann wird sich bei denen über kurz oder lang ein Bild von Ihnen verankern, wo man Sie mit dieser Kompetenz Radio assoziiert. Das ist, wenn Sie so wollen, das Endziel von Personal Branding eine sehr starke Verzahnung der Kompetenz, für die man stehen möchte mit ja quasi eben dem Bewusstsein der Zielgruppe. In der klassischen Consumer Werbung gibt es dafür einen schönen Begriff und ich finde, der hat viele Parallelen mit Personal Branding, haben Sie sicherlich schon mal gehört, Relevant Mindset. Wenn Produkte so populär sind, Klassiker österreichischer Hersteller, wenn ich sage Energy Drink, dann kommt vielleicht nicht in den allen, aber den Großteil von Ihnen zuerst ein Hersteller in den Sinn, auch wenn es mittlerweile hunderte Energy Drinks gibt und Sie in jedem Supermarktregal wirklich eine enorme Auswahl haben. Warum? Nicht, weil Red Bull jetzt vom Design oder der chemischen Zusammensetzung her so viel anders wäre, sondern weil das Unternehmen in den letzten 30 Jahren enorm viel Geld in Kommunikation investiert hat. In den ersten Jahren war es ja mehr Pilot Alliance, seit vielen Jahren macht Red Bull vom kulturellen Bereich bis zu Mainstream-Sport, Sponsoring, Extremsport, whatever, Fernsehsender, Zeitschriften, Sie kennen das eh alles und das führt natürlich zu einer sehr, sehr starken Verankerung. In Österreich gibt es diesen Uhu-Klebstoff, der häufig, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch so ist, aber zu meiner Schulzeit wurde das Wort Uhu fast als Synonym für den Begriff Klebstoff verwendet. Das ist Relevant Mindset. Wenn Sie Ihre Personal Branding-Aufgabe maximal gut erledigen auf LinkedIn und sagen wir mal, Sie sind Expertin für Radiojournalismus, jemand hat ein Problem und dann kommen Sie ihm in den Sinn, das ist sozusagen das Optimum, was Sie damit erreichen können. Und es ist tatsächlich so, im Hintergrund oder wenn man quasi den Prozess im Hintergrund betrachtet, dabei geht es zum einen um Kompetenz und natürlich auch immer um Vertrauensbildung. Wenn ein Unternehmen sich dazu entschließt, sie einzustellen, häufig gibt es Probezeit, aber ganz grundsätzlich, oder wenn ein Kunde sich dazu entschließt, mich zu beauftragen, dann haben die sich vorher überlegt, da gab es einen Entscheidungsprozess, ist diese Person geeignet, kompetent für die Aufgabe. Und in diesem Entscheidungsprozess spielen digitale Kanäle eine enorme Rolle. Gerade LinkedIn kann Ihnen auch sehr dabei helfen, überhaupt für Jobs berücksichtigt zu werden. Es gibt auch viel Headhunting, viele meiner Kollegen werden aktiv kontaktiert von Personalabteilungen, kann Ihnen leicht mit vergleichsweise wenig Aufwand dabei helfen, für Personen siegbar zu werden, mit denen Sie sonst nie oder nur auf sehr unwahrscheinliche Art und Weise in Kontakt gekommen werden. Wenn Sie auf LinkedIn eigene Inhalte veröffentlichen möchten, richten Sie sich nach dem Grundsatz Qualität vor Quantität. Wie gesagt, es tut nur ein kleiner Teil der Nutzerinnen. Frequenz spielt dabei keine sehr große Rolle, wenn Sie ambitioniert sind, innerhalb eines Jahres in Ihrem Bereich von Ihrem Netzwerk als Expertin, als Experte wahrgenommen zu werden. Nehmen Sie sich vor, einen spannenden, inspirierenden, vielleicht auch lehrreichen Beitrag pro Woche zu schreiben. Wenn Sie das tun, dann gehören Sie im deutschsprachigen Raum, aber auch in ganz Europa zu einer verschwinden, kleinen Minderheit von Studierenden. Wenn Sie das konsequent machen in den letzten ein, zwei Jahren Ihres Studiums, werden Sie dadurch enorme Vorteile in Ihrer Karriereplanung haben. Wie gesagt, ganz unabhängig davon, ob Sie eher in Richtung Selbstständigkeit oder Anstellungstätigkeit denken. Ja, das war mein Kurz-Crash-Kurs in Sachen LinkedIn. Ich glaube, für viele von Ihnen die Plattform, die am meisten ein relativ exotischer, unbekannter Vogel ist, aber Social Media ist interessant, inspirierend, aber wir wollen ja auch alle die Jobs finden, die uns erfüllen und Spaß machen und da sollten Sie diese Möglichkeit durchaus nützen. Danke fürs Live-Dabeisein. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Stream an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.